Natürlich ist das eine große Herausforderung und deswegen sollte man auch, wo es möglich ist, den Politikern helfen, auch in der Bewusstseinsbildung, in der Bevölkerung, aber umgekehrt muss die Politik natürlich auch deutlich machen, wie groß diese Herausforderung ist. Manchmal sage ich, vielleicht ist das etwas kühn, aber das könnte die Herausforderung deutscher Einheit nochmal übertreffen, langfristig, was da auf uns zukommt. Alleine die Überlegung, die jetzt da ist, wie soll ich als Bischof dazu eine endgültige Stellungnahme abgeben, wie soll man denn ISIS oder den islamistischen Staat besiegen? Wer soll das tun? Wie soll das geschehen? Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Da muss man schon sehr genau, glaube ich, auch Kenntnis haben. Und was geschieht danach? Wie können solche Gebiete wieder stabil werden? Ich höre ja jetzt, dass man sagt, ja können die wieder zurückgeführt werden, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Ja nur dann, wenn dort Frieden ist. Wer stellt diesen Frieden her? Nicht für einen Tag, sondern nachhaltig, längerfristig. Also ich kann diese Fragen nur aufwerfen und da können wir sicher als Kirche mithelfen, dass solche Fragen gestellt werden. Aber ich bin nicht so kühn, jetzt zu sagen, auf das alles hätte ich eine Antwort. Ich sehe nur, und das habe ich mehrfach gesagt, dass die Situation innerhalb Europas, was die Spannungen innerhalb der Länder angeht, auch in dieser Frage fragiler geworden ist, prekärer geworden ist. Europa steht am Scheideweg für den inneren Zusammenhalt, die Idee Europas und auch was die Grenzen betrifft. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir in einer solchen Situation sind. Ich habe ja noch im Ohr, wie gesagt wurde, zum ersten Mal leben wir nur von Freunden umgeben. Das war für den engeren Kreis ja richtig, in Europa. Aber wir haben ja eine gemeinsame Grenze. Europa hat eine gemeinsame Grenze. Und da sind Staaten, die zerfallen, da sind Staaten, die in einem blutigen Krieg verstrickt sind, da sind Staaten, deren Grenze bedroht ist und keine politische Perspektive, jedenfalls für mich noch nicht erkennbar, die von heute auf morgen umgesetzt werden könnte. Also ich meine, man müsste auch wirklich der Bevölkerung, den Menschen deutlich machen, da geht es um mehr als um die Flüchtlingskrise. Das ist eine riesenpolitische Aufgabe, vielleicht die größte, die in diesem Jahrhundert da ist. Aber das Jahrhundert ist ja noch am Beginn.